Wenn du mal das Bedürfnis hast, deine Brustmuskulatur zu öffnen und du sitzt auf einem Stuhl, dann mach folgende Übung. Fahre beide Arme nach hinten und greife hinten mit der einen Hand die andere. Verschließe beide Hände, bring die Ellbogen jetzt in die Streckung und lege dein Oberkörper ein wenig nach vorne. Ich wiederhole die Übung, sodass ihr es von hinten seht. Verschränke die Arme hinten, greife mit der einen Hand die andere, bring die Ellbogen in die Streckung, fahre mit dem Oberkörper nach vorne. Halt kurz diese Spannung. Tut richtig gut. Und das ist wieder ein Mobility Snack für zwischendurch.